Die Bewegung am Webstuhl Dies ist die Bewegung, die schöne am Webstuhl. Von hier und eins, ich fange den ersten Boxstoß ab und zwei, den zweiten und dann drei. Ich lenke den ab, Thorsten zieht sie zurück, ich komme einen Schritt rein. Von hier und eins und zwei. Und dann drei und vier. Und eins, zwei, drei, vier. Die Übergänge der Fellady haben auch eine Bedeutung, zum Beispiel von hier. Wenn ich hier zurückgehe, ist das ein Schutz für die Seite. Oder ich werde hier wieder geboxt, das heißt, ich komme zurück, nehme den Schlag auf, weiche zurück und habe dann hier das Handgelenk, den Ellenbogen, drehe und vielleicht noch mal etwas schneller. Von hier, eins, zwei, noch einmal, eins. Das Entscheidende hier ist, wirklich den Ellenbogen zu kontrollieren und hier auch, hier leer zu machen. Hier ziehe ich meinen Partner schon aus dem Gleichgewicht und erst dann kommt die Drehung. Wie bei jeder Anwendung kann ich die Aktion, die ich als Schlag mache, genauso gut als Stoß machen, umgangssprachlich Push genannt. Das heißt, von hier, wenn der Push kommt, nehme ich ihn auf, hier gehe ich in meinen Partner rein, sinke, hier pushe ich und hier dasselbe. Das ist wieder dasselbe Prinzip, das heißt, von hier, ich ziehe meinen Partner ein bisschen aus dem Gleichgewicht, jetzt möchte er sich zurückziehen, ich folge und fort. Okay, nochmal, von hier, eins und zwei. Okay, nochmal, eins, zwei. Gut. 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 Gut.